Hey, hallo, schön, dass du da bist. Wie soll es weitergehen? Genau jetzt ist das eine super wichtige Frage in meinen Augen. Wir haben jetzt zweieinhalb Jahre des Umbruchs hinter uns, stehen vor einem besonderen Winter und können uns jetzt fragen, wie soll es weitergehen? Von außen kommt ganz viel, viel Horrormeldung, viel Schrecken. Deswegen, ich denke aber, was wichtig ist, ist, dass wir uns fragen, wie soll es für uns weitergehen? Wie soll es idealerweise weitergehen? Auf was wollen wir uns fokussieren? Wollen wir uns von den Meldungen im Außen völlig verrückt machen lassen? Oder wollen wir vielleicht einfach mal nach innen schauen und gucken, was will ich wirklich? Und es gibt verschiedene Lebensbereiche, auf die wir schauen können. Wir können einmal schauen, was will ich beruflich? Was will ich in meinen Beziehungen mit anderen Menschen? Was will ich finanziell? Was will ich vom Lebenssinn her? Was will ich gesundheitlich? Wo sind da meine Ziele? Wo sind da meine Visionen? Wo ist da ein Idealzustand, den ich anstrebe? Wenn wir das alles haben, wenn wir das im Fokus haben, dann braucht uns vielleicht das Außen gar nicht so sehr zu berühren und ständig in Aufruhr versetzen. Und deswegen will ich gemeinsam mit dir im November schauen, was willst du wirklich? Was will ich wirklich? Was wollen wir alle wirklich? Wir werden diese fünf Lebensbereiche durchsprechen und schauen, wo stehen wir? Wir werden schauen, wo wir stehen. Wir werden reflektieren. Wie sind wir da hingekommen, wo wir stehen? Dann werden wir gucken, wo wollen wir gerne hin? Wie soll es gerne sein? Und dann zu guter Letzt das Wichtigste. Was können wir konkret tun, um den Idealzustand zu erreichen oder zumindest dem Idealzustand näher zu kommen? Denn ich denke, jeder kleine Schritt hat langfristig großartige Konsequenzen. Und wenn wir es schaffen, jetzt im November ein paar Weichen zu stellen, auch wenn sie nur klein sind, kleine Handlungsänderungen, die wir aber kontinuierlich beibehalten, dann erwartet uns ein wunderbares Ergebnis. Und das möchte ich dir anbieten, dass wir das gemeinsam machen. Dafür werden wir insgesamt uns siebenmal per Zoom treffen. Alle, die sich jetzt anmelden, dann für diesen Kurs werden sich treffen. Zusätzlich wird es drei Impulsvideos von mir geben. Und ja, viel anderes, weiteres Material, damit wir für ungefähr drei Wochen intensiv sehr eng miteinander arbeiten können, um dann für den Winter optimal gewappnet zu sein, einen neuen Fickstern zu haben, eine neue Orientierung zu haben, die uns da durchträgt. Etwas, das uns innerlich so wichtig ist, dass uns das Außen nicht mehr so berührt und nicht mehr so fertig macht. Das finde ich wunderbar. Also ich freue mich, wenn du dabei bist. Meld dich gerne an. Das Ganze kostet 97 Euro. Und ja, lass uns wirklich schauen, wo wollen wir hin? Ich finde es so wichtig. Und ich finde es auch schön, das in der Gemeinschaft zu machen. Dass man jetzt so einen Impuls setzt. Ah, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Da habe ich mir vorgenommen, also wenn wir das jetzt machen, dann können wir nachher sagen, da habe ich mir vorgenommen, das und das zu ändern. Und ich habe es gemacht. In dem Kurs vielleicht. Ich habe es häufig so gemacht, dass ich mir besondere Momente gesucht habe, um dann etwas zu verändern in meinem Leben. Und ich werde mitmachen. Ich werde genauso wie du da sitzen und all die Punkte durchgehen, um zu schauen, wie soll sich mein Leben entwickeln? Was will ich dafür tun? Das ist das Wichtige. Was will ich dafür tun, dass ich irgendwann da und da bin? Also, ich freue mich auf dich. Trag dich einfach ein auf www.fanfrieden.de und vielleicht sehen wir uns schon ganz bald. Alles Liebe, dein Felix.